Kannst du mal als Hintergrund Roblox spielen? Oh, stimmt. Gute Idee. Nicht. Schau, ich bin blind. Oh Mann, das tut mir wirklich so leid, aber... Wie hast du diesen Kommentar geschrieben, hm? Wenn du diesen Kommentar siehst, muss er ins nächste Video. Oh Mann, damit hast du mich jetzt richtig auseinandergenommen. Du hast bald die 800.000 Follower. Stimmt, Leute. Es fehlen nur noch 600 Follower auf TikTok. Und auf YouTube sind ja auch ganz nah an den 200.000. Danke, Leute. Das ist wirklich so unfassbar. Ich habe mich noch nicht getraut, einen Kommentar zu schreiben, aber jetzt habe ich es gemacht. Freut mich wirklich. Siehst du, es hat sich gelohnt. Darf ich auch mal ins Video, bitte? Ja, darfst du, weil du so lieb gefragt hast. Und jetzt kommt euer Geschenk, Leute. Und es ist... Eine Runde Schere, Stein, Papier. Wie sonst auch, wenn ich gewinne, musst du den Linkkoppchen. Und wenn du gewinnst, muss ich versuchen, deinen Kommentar zu liken, okay? Los geht's. Schere, Stein, Papier. Du musst ehrlich sein. Du hast verloren, oder?